Äh, Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Battleborn. Wieder mit der Stadt, äh, ist das Zweikampfsofa. Uh, 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 ich habe dich gerade angeschnippt und der Charakter meinte, donk, sehr geil. Was, donk? Ja. Das ist ja mein Schlag, also während andere Leute schlagen, schnipse ich die Leute so ja nur weg. Ist mir auch schon aufgefallen, dass der große Mann hier aber auch gar nichts anhat, also das barbusige... So, wir müssen weitermachen, also zwei Leute müssen hier Step-Tanz machen, siehst du hier, einer macht Step-Tanz und einer macht River-Dance, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, du gehst, weil du bist der Tank, du gehst vor. Ach, dieses Ding wird aktiviert, so, ja. Boom, weg ist er. Ich glaube, ich glaube, jetzt dürfen wir wieder runtergehen. Toll. Super, jetzt stehen wir hier rum. Ich geh zum Roboter. Nee, ich geh zum Roboter. Ich, ich kraue niemand in den Rücken hier. Hallo, wo ist der Roboter? Oh, oh, oh. Na, Spaß. Nein. Da kommen ein paar Läuse auf dich zu, kann das sein? Komm, ich heil dir noch nicht. Ich bin gleich tot hier, äh. Dann lass dich wieder runterfallen, dann können wir dich wieder heilen, dann kannst du wieder vorwärtslaufen. Äh, mach das jetzt. 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 Zu spät. Kannst du mich von da oben heilen? Äh, geht das? Warum nicht? Moment, ich könnte was versuchen. Das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Das hast du jetzt nicht gemacht, oder? Nein, es hat nicht funktioniert, würde ich behaupten. Ähm, ich hab mich mal, ich hab mich mal aufgegeben hier. Das kann nicht so weit fliegen, das Vieh. Das ist kacke. Ja, wo bin ich denn? Hilfe. Also, da musst du rein und dich zurückfallen lassen, also, gell? Wo bist du eigentlich? Ja, gute Frage. Ich suche auch gerade nach dem, wo bin ich denn? Nein, war schon richtig. Nein, da ist nicht. Ich muss da tatsächlich raus. Nein, da raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rechts, rechts, links, 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 rechts. Rechts, rechts, links, links. Jetzt lauf. Lauf, Forrest, lauf. Das kann ich eine Heilpilz von dir mitnehmen? Alter Schwede, die haben es mir ja richtig besorgt, da. Das ist mir wieder auf. Gute Wanne, hab ich jetzt überlassen, ausgelassen. Hast du. Hier ist da was. So. Willst du helfen? Ja, ich versuch das nochmal, aber wenn nicht, dann, aua. Wenn ich davor, ich zurecht, dann mal. Ich kann mal versuchen, das da oben hin, das hinzuschmeißen. Ach, guck mal, zack, zack, zack. Das reicht nicht. Hast gesehen, ne? Das ist total lustig hier, ne? Ich hab mich vielleicht hier oben draufstellen sollen. Vielleicht hat das nicht funktioniert. Stimmt. Ich hab nix. Ich hab nix. Ja. Wollen wir denn hier so stehen? Ach, können wir auch heilen. Geh da. Oh, ich steh wieder an so'n Ding fest. Ich will hier weg. Der Pilz müsste eigentlich auch in deiner... Der Doktor ist da. Das bin ich. Ich bin ein Doktor. Ich bin ein Doktor. Naja, dreiviertel ist voll jetzt doch. Der geht's doch gut. Puh. Beobachte ich jetzt mal den Snorks auf seinem Bildschirm, was da so abgeht. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, weil er ist so tierisch, langsam. Ah, guck mal, da ist das Besuch. Das ist Bomben, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, wenn das in der Nase popelt. Ich kann nicht auf den Bildschirm gucken. Fühlt mir leid. Ja. Nee. Aber hier oben ist auch nichts Spannendes, außer ganz, ganz viele Gegner, die ich nicht mag. Ich hab die nicht eingeladen. Au. Kontrollpumpe. Ähm. Das Ding ist weg. Das, Smirk, das solltest du nicht tun. Das sieht nicht schön aus. Von meinem Blickwinkel aus. Was ich gerade gemacht habe, oder was? Ja. Du, weil... So, gleich müsste das Tor aufgehen. Ich hoffe es. Das sieht irgendwie... Ja, sag, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Keine Ahnung. Tor ist auf. Oh, Tor ist auf. Weil, das sieht aus, als ob es gerade ein Blasen ist. Sag es doch. Mensch. Also, ich sag nur zwischendurch, die reden Story, aber egal. Ich weiß, Story wird in eurer Welt überbewertet, aber es ist... Ich mache erst mal die ganzen Portale platt. Das ist ja Portale. Jede Menge. Ich habe schon zwei weg. Hier geht's. Tja. Das ist ein Riesending, ist das hier, ne? Wir definieren Riesendinger, glaube ich, unterschiedlich. Onkel, bist du noch da? Ja, 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 ja. Du bist so still, deswegen frage ich mich. Ja, ja. Die... Ich bin hier gerade etwas... Ach, guck mal, hier kann man sich wieder auf zwei Sachen stellen. Auf zwei Knippen. Kannst du dich auf zwei Sachen stellen? Wow. Drei Sachen drüber. Ja, wir müssen die Platten da aktivieren und dann... Wenn was passiert, dann weiß ich nicht, wie das funktioniert. Oder was hier funktioniert. Also, ich sage mal so, sobald du dich da draufstellst, kommt der böse, wilde Watz. Reicht dir das? Nö. Okay, dann gehe ich mal da hoch. So, ich habe jetzt alle meine... Mein Special-Bonus-Kit habe ich jetzt aktiviert. Ich habe die Punkte aufgespart für den Roboter. So, und jetzt geht's ab. Äh, du bist den Boden versunken. Der Konservator. Das ist auch schwerer Name. Sehr schön. Es hat leider ein Schutzschild. Ein Schutzschild. Schutzschild. Oh, er hat unser Roboter. Oh Gott, wie groß ist das Ding? Schnauze-Klees. Keine Panik. Sag mir nicht, was ich tun soll. Wir lassen uns hier nicht aufhalten. Erlebe ich das Ding? Ich schieße mal drauf. Jetzt geht's. Er ist zuppel. Er ist zuppel. Ein schöner Roboter. Aber unser Roboter ist irgendwie immer noch gefangen, oder? Ja. Toll. Du hast geschützt, ja. Du solltest dich davon nicht treffen lassen, ja. Okay, verstanden. Wo ist denn mein Fernkampf, du, Freund? Jetzt ist er ein bisschen immun gerade, oder? Ja, da sind solche Geräte hier. Ja, die müssen wir platt machen. Der Gerät. Der Gerät. Ein Gerät kaputt. Es löst sich langsam auf. Das ist ja geil. Na, habt ihr es? Also ein Gerät ist weg. Also ein Gerät. Der auch? Habt ihr es geschafft? Ja, ja. Wie ist der überhaupt? Hör du was ab. Da ist er wieder. Und rauf, und rauf, und rauf, und rauf. Dabei. Siehst du nicht, wie seine Helps runtergeht? Bei mir sagt er im Boden. Was zur Hölle passiert jetzt? Was so ist, ist es nicht gut. Äh. Hallo? Es ist voller Sterne. Zu viele deiner Pilze, wenn du mich fragst. Entschuldigung. Sternenhimmel. Oh, oh. Stern. Oh, guck, guck jetzt. Stern. Du bist abgefahren, die Levels, ey. Wahnsinn. Sag mal, was ist denn hier los? Ich seh gar nichts mehr. Na, komm. Oh, den hab... Einen hab ich... Einen hab ich weg. Alter Schwede. Ich mach mal Heilung hier. Ich bin weg. Oh, scheiße. Heilung auf mich ist gut. Heil mich. Das ist viel besser. Zack. Hab er mitgemacht? Ich mach mal hier einen Heilpilz hin. Ja, durch zu heilen. Heilpilz ist auch... Tut, glaub ich, auch nicht so gut für die... Der hat mal Heilpilz kaputt gemacht. Waaat? Jetzt bin ich böse. Der war von der Drogenfahndung. Haben wir nicht mal eine? Der hat mein Pilz... Genau, schnell noch Heels aufheben. Jetzt sind wir wieder zurück. Oh Gott. Was ist noch passiert? Ihr seid einfach verschwollt. Vergesst es. Wir reden später drüber. Tötet den Konservator. Was ist denn den Konservator? Der Konservator. Ich versuch's irgendwie... Nichts nörgst zu halten, aber er rennt weg. Ich bin noch voll. Was willst du denn? Ja, jetzt bist du voll. Du bist ein Witzbold. Echt. Waaah, alles gut. Bin noch voll. Hinter dir. Onkel, ich hab dich. Ich... Was? Ich... Ja, hinter dir waren ohne Ende Typen. Da dachte ich gerade... Ja, deine. Rette den Heiler. Äh, Heiler, 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 Heiler. Heiler, Heiler, Gänzchen. Ich guck mal, unser Heiler. Ja, jetzt ich wieder. Nachdem die Kleinen hier... ...gleich bei mir sind. Heilpilz gesetzt. Oh. Hier auch die Plattform, Marsch. Die Stufen. Na toll. Muss ich erstmal kilometerweit laufen. Du bist auch schlau. Bist du nicht schlau? Äh, nein. Mein Pilz ist wieder weg. Au, au. Also ich bin voll. So. Du bist voll? Okay. Wunderbar. Bäh. Was? Ach, das voll. Okay. Na toll. Schau dich weg. Neue... Neue Türmchen hier. Aua. Einen hab ich weg. Türmchen, Türmchen, Türmchen. Ja, die, wo die Strahlen hingehen da. Ja, unbegreiflich, oder? Folgen sie dem Strahl. Junge. Schau dich weg. Müssen wir auch schnell machen, weil diese schwarze Blase wird größer. Ach, das ist der Trick. Hilfe! Mama! Ich komm da nicht hin. Ich hab's grad noch geschafft, ey. Alter Schwede. Wow, das ist ja fies, ey. Der Kurator ist wieder offen. Ich will offen werden. Letztendliches Gespräch. Macht ihr auch irgendwas bei dem Dicken, oder bin ich der Einzige da drauf? Ich kann nichts machen. Wenn ich da hingehe, dann... Also bin ich der Einzige, der drauf holzt. Ist okay. Wahrscheinlich wieder da, wo ich nicht bin. Super, das hilft. Total. Wo bist du denn? Du nicht, oder? Schwede, die Dinger. Neue Türmchen. Und schnell machen, weil, wie gesagt, diese Plattform wird immer größer, diese schwarze... Ich weiß nicht, wo die sind da. Oua, oua. Oua, oua. Wo muss ich denn hier laufen? Ich hab jetzt zwei weggemacht. Drei, weil ich weggemacht. Äh, äh. Ich hab nicht mehr Platz mehr zu ausweichen. Hilfe! Ich hab ihn. Du kannst aber auch in der Platte... In der Platte soll ich schon... In der Blase drin sein. Doch, wurscht. Wie geht's? Macht nur Schaden, aber sonst? Nö, gar nichts. Gar nichts? Macht ihr nichts? Nö. Dann ist das anders. Na, Beta, meine ich hab mal einen Schaden erlitten. Hab ihn gleich. Hab mein Haltes kaputt gemacht? Glaube, ich hab ihn. Ja, das ist kaputt. Die ist kaputt gegängt. Wächter, der Moment deiner Opferung ist gekommen. Todesmarsch starten. Mal ins Karkumpel. Oh, ach ja, du musst mir erklären, was Todesmarsch bedeutet, wenn ich zurück bin. Machen wir. Ist klar. Ich stell mich dann schon mal hier so drauf, ne? Und tschüss, ne? Sehr geil. Ja, mach ich. Brauchst noch Hilfe? Ui. Tschüss. Oua. Matsch. Bump. Wir haben's geschafft. Die Anomalie löst sich auf. Tja. Ja, ha, ha. Ich gebe der VFR mich halt. Okay, Leute. Eure harte Arbeit hat euch die Heimfahrt verdient. Hü. Mission abgeschlossen. Oh, yeah. Ist das schön? Herr Wolfswilder Ritt, weil die Trophäe heißt. Mission beendet. Mit 81.000 Punkten. Bei der ersten hatten wir nur 51. Also es sind deutlich mehr Punkte auch tatsächlich. Wer es schafft. Nee, ich glaube, die werden schwieriger. Deswegen mehr böse Gegner geben mehr Punkte. Wie war das denn jetzt mit so einem Heiler? War das eigentlich besser oder nicht? Prinzipiell schon, aber du schaffst nichts. Wir können in diesem Video hier sehen, hier unten, wie oft ich Leute geheilt habe, ja. Weil die Energie wieder aufgeladen wurde. Durch meine Fähigkeiten. Leute. Gibt es da eine Statistik zum Heilen? Ja. Ja? Da. 66 Kills habe ich. Guck mal. Ja, das ist ja egal. Aber Heilung? Nee, Wiederbelebung gibt es da. Aber sonst? Versus Heilung, das steht da unten. Versus Heilung? Der Blaue in der Mitte ist das ja. Ja, gut. Ja. Okay. Da habe ich. Ja, guck. Ja. Guck sie hier. Da liegen wir doch ganz nah beieinander. Das war Battleborn mit dem Onkel von Gamers Check LP. Vielen Dank für deine tatkräftige Unterstützung mit den Doppelklingen, mit den Rasierklingen für die Vampire sozusagen. Gerne wieder. Gerne wieder. Gerne wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.